Heute machen wir den Regenbogen. Ihr auch nicht kennt es. Ihr habt für den Blitz, für die Fernauslöser, was auch immer, A-Batterien, die wiederaufladbar sind, aber aussen steht nicht darauf, ob sie geladen oder voll sind. Darum haben wir uns gedacht, das wäre eigentlich eine sinnvolle Ergänzung. Also Schachtel in verschiedenen Farben und dann nimmst du einfach zwei Stück und dann weisst du, okay, in meinem gelben sind die vollen, im blauen sind die leeren. Du kannst das auch noch anschreiben, falls du es nicht merken kannst, aber so würde es funktionieren. Und ja, haben wir noch im Sortiment, darum schaut mal rein. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Meine Damen und Herren, manipuliere dich jetzt mal jetzt mal aus der Betty Wozniakon. Ich kann das währenddessen aus dem Beuteil, wenn du so bist. Ich kann das, wenn du so bist und ich in der Mitte, lasst und ich habe, dass du diese Leute dran Driving, wenn du so bist und deine Duarte, Ich kann das, dass du so bist und ich auch ein bisschen. Vielen Dank.